Der Preis für das Mittagessen an Hamburgs Schulen ist gestiegen. Ab dem kommenden Schuljahr zahlen Schülerinnen und Schüler für ein Mittagessen 4,70 Euro, 35 Cent mehr als bislang. Anfang 2024 hat sich die Schulbehörde nach eigenen Angaben mit den an Schulen tätigen Ketteringunternehmen auf einen neuen Preisberechnungsmechanismus verständigt. Grund für den Schritt seien die stark gestiegenen Lebensmittel und Arbeitskosten sowie die Rückkehr zur regulären Mehrwertsteuer im Gastronomiebereich. Von nun insgesamt 5,50 Euro pro Mittagessen übernimmt 80 Cent die Stadt. Jahrlich werden in Hamburgs Schulkantinen mehr als 16 Millionen Mittagessen ausgegeben. Seit 2011 hat die Stadt Hamburg über 290 Millionen für Neubau und Sanierung von mehr als 280 Schulkantinen investiert.